Tut mir leid, reden wir ein andermal. Schlafen wir mal ein bisschen hier. Achso, Talente erworben. Stimmt, wollen wir auch noch mal machen. Machen wir das Schwert weiter. Editieren. Machen wir nur ein Stündchen, weil dann muss ich auch noch raus wieder. Wir müssen ja mal gucken, was da draußen noch so los ist. Und Soltan ist ja eigentlich meistens in irgendeiner Heimbahn zu treffen. Oh Gott, oh Gott, altes Regal, Kiste, okay. Großmutter ist da hinten. Schnell, wir müssen fliehen. Jetzt kommt das Großmütterchen. Der Pisskopf. Oh meinst, wutz. Ah, das ist das Schwert gewählt. Oh. Der Pisskopf. Wutz. Guck, ob die Pisskopf. Die Pisskopf dabei haben. Oh, noch einer. Ich werde euch töten. Ja, das ist der Geroid. Der macht euch alle platt. Pisskopf. Pisskopf. Juhu, Pisskopf. 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 Erdbeere. Wir haben auch eine Zuckerpuppe. Pisskopf. 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 Muss ich mit Jeto was Pisskopf bringen. Okay. Das ist gut. Was haben wir da noch? Pisskopf. 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 Carmen steht wieder draußen Man muss ja immer die unterschiedlichen Zeiten gucken Wann hier irgendwas ist Die Stadt ist ja lebendig So halbwegs Voltan ist nicht hier So schlecht Gucken wir mal Der Zeuge, Berenkas, Geheimnis Karte verfolgen Dort zum Deich Achso, okay Wer will jetzt, dass ich wo Ja, Sachen wurden in den Ziegelbrennern gefunden Die Sachen waren voller Blut Und das Gebiet darum herum Wie Spuren eines Kampfes Verwies Kampfes Aber ich möchte, dass Berenka tot ist Werde bei den Tongruppen suchen Vielleicht finde ich Spuren Okay Ich muss etwas füste hier tropischer Da haben wir das Dann gehen wir mal zu ihm Noch im Knast Ist sowieso nicht hoch Also muss ich zur anderen Seite Warte, da komme ich ja nicht hin Oh ja, hier werden die Leichen verbrannt So, dann muss er da sein Kerker Geben wir ein bisschen füstig Dann ist er vielleicht ein bisschen gut drauf Und dann hilft er uns mit anderen Sachen Ich habe ja was für dich, mein Freund Wo ist es denn? Wo ist es denn? Ähm Ich hatte das doch mit Okay, muss ich nur mit dem reden? Habt ihr eine Erkältung? Na ja, bla bla Ich habe Fragen Wollte mich jetzt gerade verarschen Ich habe das Zeug doch mitgenommen, oder was? Ich hatte das doch Ich hatte doch extra das eine rausgeschmissen Damit ich das nehmen kann Wo ist denn das jetzt? Hä? Gut, steh nicht Einschwassen Gut Gehen nochmal raus Gehen nochmal gucken Und laufen nochmal da oben hin Eventuell ist ja noch die Leichen da Zum Einschwassen Ich bin müde Ich bin müde Gar nichts aus Wo sind die Überreste Achso, auf einmal Das ist doch wieder so lächerlich Also da zeigt sich das Spiel gerade Das ist entweder alt oder verpackt war Boah, ich hatte doch fest Ich glaube, wie wollen die sonst Lächerlich Lächerlich Okay Irgendwo was zu finden Ja, wir gehen einfach mal kurz rein Und kommen wieder raus Vielleicht steht sie da denn einer Erststegnis Schrank Noch eine Poppe Noch ein Schränkchen Okay, ist nichts los Hm, will nicht Verlust Ach Gerald Heute ist das Essig Wieder langatmend Mein Freund Eventuell sollte ich Noch mal mit ihm hier noch kurz reden Bevor ich abhaue Mit dem Detektiven Raimund Eventuell hilft das ja Raimund, bist du da? Schläft auch Ich bin ganz ohr Weißer Wolf Was sollte ich noch mal Als nächstes machen? Was sollte ich noch mal Als nächstes machen? Sprecht mit Vincent Meis Dem Hauptmann der Stadtwache Und verhört den Zeugen Stimmt, stimmt Könnt ihr nicht Mit dem Hauptmann reden? In Ordnung Ich werde mich darum kümmern Okay So, das war das denn Da brauchte ich den Fistech Und Fistech hatte ich ja Eigentlich reingepackt Und Fistech ist jetzt wieder weg Also, keine Ahnung Wie das jetzt Laufen soll hier Ich dachte ich hatte echt Fist Nein Machen wir uns was zu essen rein hier Hier halt Wir brauchen Platz Noch einen schönen Bettina Rosé Hey So Jetzt haben wir Platz Oh, wo ist der Fistech hin? Hier nochmal rausgeschmissen Oder? Nee, ich ja nicht, ne? Siegfried steht hier Tag und Nacht Der Siegfried steht hier Tag und Nacht Also hier oben wird ja keiner sein Ewiges Feuer, erfülle mein Herz Ritustor Nee, da will ich auch nicht Das ist echt langatmig Sowas Das, das mag ich überhaupt nicht Eigentlich müsste es ja richtig Einfach zack zack gehen Aber naja Sonst müssen wir uns hinstellen Müssen Warten Und müssen in die Simpel rüber Also müssen wir uns zum Feuer hinstellen Und ausruhen Und bis zum nächsten Tag Das erst mal warten Und dann Fahren wir rüber Und gucken Dass wir da die Geschehnisse machen Da weiter Da gab's noch gar nicht so viel Kaffee, ne? Das war den Reichen vorbehalten Das war den Reichen vorbehalten Wo ist das Feuerchen? Ich muss so den ganzen Weg rumlaufen, ne? Hier unten ist das Feuerchen So, Gerald findet den Weg automatisch Der Knopfdruck Hier halt automatisches Navigationssystem Wurde Gewacht, ja? Kaufmann fast, ne? Der ist auch noch nicht da So, morgen Raun warten Und dann Gehen wir schnell rüber Da Tada Da beschäftige ich mich Da ist der Fährmann Den nehmen wir jetzt Und gehen einmal rüber Transportdienstleistungen Günstig wie nie Alles klar Bring mich auf die andere Seite Bring mich auf die andere Seite Die Zeit steht nicht still Habt ihr euch entschieden? Ja, jetzt, ja Sofort, hier Nimm Für uns Bitteschön, Dankeschön Kann's losgehen? Wie oft wollt ihr noch fragen Zum Sumpf? Wie oft wollt ihr noch fragen Zum Sumpf? Ja, das war ja auch Ein ganz riesengroßes Gebiet Hier, glaub ich, ne? Ja Das war ein riesengroßes Gebiet Soweit ich noch weiß Soviel Quests Weiß gar nicht, wo ich alles anfangen soll Jean-Pierre Jean-Pierre ist auch hier Ausdünstungen Ertrunkene und nasse Füße Mehr finde ich hier Wer seid ihr? Ein Hexer Schau an, schau an Und ich dachte, Leo Bonhart hätte euresgleichen ausgerottet Nie von ihm gehört Und das werdet ihr auch nicht mehr Früher oder später Trefft jeder in unserem Metier Auf einen, der besser ist als er Und was wäre das für ein Metier? Kopfgeldjäger Was führt euch hierher? Ich bin wegen der Anzeige hier Er war Bonat Ich bin wegen der Anzeige hier Obwunschung Ich bin wegen der Karte